Leg dich doch einfach hin und schlafe. Das kann doch nicht so schwer sein. Millionen Menschen machen das. Stell dich nicht so an. Sätze wie diese müssen sich viele Menschen mit Schlafproblemen anhören. Einschlafprobleme sind doch nur Kopfsache. Mit dieser These wollen wir uns in der heutigen Podcast-Folge einmal auseinandersetzen und auch die Frage klären, was das alles mit dem berühmten Gedankenkarussell zu tun hat und wie wir es wieder loswerden. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Menschen, die eben solche Sätze tätigen wie, leg dich doch einfach hin und schlafe, das kann doch nicht so schwer sein, das sind in der Regel Gutschläfer. Sie legen sich wirklich einfach hin und sind weg, sofort im Land der Träume. Wenn man sie dann mal fragt, was sie dafür tun, was ist ihr Geheimnisrezept für guten Schlaf, dann antworten sie in der Regel nichts. Sie tun einfach nichts. Sie legen sich wirklich einfach hin und schlafen. Sie können daher zwei Dinge meist nicht verstehen. Erstens, wie kann man überhaupt Schlafprobleme haben? Und zweitens, wie kann man denn Hilfe in Mittelchen, Tabletten, Kissen, neuen Düften und Co. suchen? Als ob ein neues Kissen, der Baldrian-Tee oder 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 die Schlafprobleme lösen würde. Früher hast du das ganze Zeug doch auch nicht gemacht. Natürlich ist diese Denkweise nicht korrekt. Wer unter Schlafproblemen, speziell ein Schlafproblem leidet, den treffen solche Sätze. Nacht für Nacht liegt man wach. Das kann ein Gutschläfer gar nicht nachvollziehen. Das ist okay, muss er auch gar nicht. Aber Verständnis sollte er zeigen, weil er die Situation eben nicht hat und nicht Nacht für Nacht wach liegt und demnach auch nicht nachvollziehen kann, wie man sich damit fühlt. Mit Urteilen sollte man sich also zurückhalten. Aber kommen wir mal zum ursprünglichen Thema zurück. Der Gutschläfer macht also nichts für seinen Schlaf. Er legt sich hin und schläft. Dem Schlechtschläfer empfiehlt er genau das. Leg dich doch einfach hin, du brauchst keine Mittelchen und Co. Es hat doch früher auch so funktioniert. Er wirft dem Schlechtschläfer damit also indirekt vor, dass er sich die Schlafprobleme einbildet. Er solle sich nicht so einen Kopf machen, dann klappt das schon. Schlafprobleme sind also nur Kopfsache. Schlechtschläfer legen sich ja auch abends hin, aber sie schlafen dann eben nicht sofort ein. Was machen sie stattdessen, wenn sie merken, okay, ich habe Einschlafprobleme, ich sollte mich mal damit auseinandersetzen, ich begebe mich auf die Suche nach einer Lösung. Sie suchen zunächst ihre Hilfe im Internet. Unzählige Tipps und Schlafhilfen warten dort. Sie werden ausprobiert in der Hoffnung, genau das bringt mir mein Schlaf wieder zurück. Damit muss es jetzt aber klappen. Da man Schlaf aber nicht erzwingen kann, helfen genau diese Dinge eben nicht. Am Ende der Reise durch das Internet und durch die verschiedenen Schlafhilfen bleiben die Probleme oft. Es gesellt sich ein weiteres Problem hinzu. Der schlechte Schlaf hat sich bis dahin oft verfestigt, ist vielleicht sogar chronisch geworden. Die eigene Welt dreht sich nur noch um den eigenen Schlaf. Schlaf wird ein immer größerer Stellenwert der eigenen Gedankenwelt. Erst wenn ich wieder gut schlafen kann, dann ist mein Leben wieder lebenswert, dann kann ich wieder zum Sport gehen, dann kümmere ich mich um dieses und jenes. Das ist ein Teufelskreis. Es wird dann weiter versucht, die Kontrolle über den Schlaf wieder zurückzuerlangen und erst dann wieder ein normales Leben zu führen. Das Problem, dieser Weg kostet. Das nimmt uns emotional mit. Das kostet Energie. Wir verlieren an Lebensqualität, weil wir eben alles andere vernachlässigen. Und am Ende kostet es auch eine Stange Geld, weil wir vielleicht viele Dinge anschaffen, in der Hoffnung, das bringt uns einen Schlaf zurück oder das bringt uns unseren Schlaf zurück, die aber nicht zu einem besseren Schlaf führen. Ein Teufelskreis, bei der sich auf genau diese eine Sache versteift wird, die doch nun endlich zu einem besseren Schlaf führen muss. Leider sind mir keine Statistiken bekannt, wie viele Schlafprobleme keine organische Ursache haben. Also rein kopfbedingt sind und sich auch nicht mit Tipps zur Schlafverbesserung bessern lassen. Auch wir führen intern keine Statistik, bei wie vielen unserer Coaches das schon vorkam. Aber ich erinnere mich an einen Coachie, die innerhalb von vier Wochen gefühlt 20 Tipps zum besseren Schlaf ausprobiert hatte, nichts half und dann bei uns im Coaching war. Auf meine Frage, was denn passieren würde, wenn sie einfach mal alles an zusätzlichen Dingen, die ihren Schlaf auf einmal wieder wie früher zurückkehren lassen sollen, weglassen würde, kam als Antwort nichts. Eben, sie ließ also einfach mal alles sein, schob ihren schlechten Schlaf beiseite und die Schlafprobleme waren binnen weniger Tage ebenso verflogen, wie plötzlich sie kamen. Der Gedanke dahinter ist, dass unsere Reaktionen auf Leid und Schmerz und Schlafprobleme sind eben dies, den Schmerz auch weiter verschlimmern können. Wenn ich Dinge bewusst zu meinem Schlaf hinzupacke, ein neues Kissen, die Schlafbrille und so weiter und so fort, in der Hoffnung, genau damit klappt es aber jetzt, können Schlafprobleme noch weiter verstärkt werden. Weil der eigene Glaube in die Fähigkeit, ohne diese Dinge schlafen zu können, damit verloren gehen kann, aber nicht muss. Also klar, nicht jede Anschaffung einer Schlafbrille führt dazu, dass ich dann nur noch mit Schlafbrille schlafen kann, aber wenn ich mir etwas anschaffe, um genau damit meine Schlafprobleme zu lösen, und vielleicht klappt es sogar, Placeboeffekt und Co. für einen gewissen Zeitraum, kann es passieren, dass ich mich eben so darauf versteife, dass ich nur noch mit diesen Dingen schlafen kann. Und dann geht diese Flexibilität, die für einen guten Schlaf auch notwendig ist, verloren. Wenn ich vor allem mal vergesse, die Schlafbrille, ich habe sie vielleicht verlegt, ich bin auf Reisen, ich bin unterwegs, ich schlafe einmal woanders, dann können sich da schnell wieder Schlafprobleme manifestieren, weil ich eben genau diese eine Sache, die ich damals zu meinem Schlaf hinzugepackt habe, auf die ich mich so versteift habe, nicht mehr da ist. Meine Theorie ist, bzw. die Philosophie von uns bei Schlaf und Laut ist daher auch immer, den Kopf, unser Mindset und die Gedankenwelt mit einzubeziehen, wenn wir uns um unseren Schlaf kümmern. Wir können deinen Alltag noch so gut analysieren, die Schlafhygiene verbessern, das beste Bettsystem bei dir integrieren, und, und, und. Wenn der Kopf streikt, das Gedankenkarussell nicht aufhört, dann klappt all das erheblich weniger effektiv oder ist in einigen Fällen auch komplett sinnlos. Die Frage ist jetzt, okay, also bei Schlafproblemen immer ab zum Psychologen? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Oftmals hilft eine radikal ehrliche Selbstreflexion, an deren Ende durchaus der Gang zum Psychologen stehen kann, aber keinesfalls muss. Was meine ich damit? Beispiel Irgendetwas hält dich ja wach. Es gibt immer irgendeinen Auslöser für das Gedankenkarussell. Es kann sein, scheiße, ich muss wieder arbeiten morgen. Es können Gedanken an die eigene Zukunft sein. Ein Streit, der einen nicht loslässt. Du wirst in deinem sozialen Umfeld vielleicht gemobbt. Du vermisst einen bestimmten Menschen, etc., etc. Also die Liste würde jetzt noch unendlich werden. Aber es gibt einen oder mehrere Gründe, warum du wach liegst. Es kann auch sein, dass du jetzt sagst, nee, gibt's nicht. Ich denke an alles. An mein ganzes Leben, aber nicht an diese eine Sache. Es gibt keine bestimmten Gründe. Glaube ich dir im ersten Moment erstmal nicht. Denk da einmal länger drüber nach, ob sich das nicht doch spezifischer eingrenzen lässt, an was du konkret bei deinem Gedankenkarussell denkst. Wie eben schon gesagt, im Coaching geht es bei uns darum, auch immer um das Mindset, den Kopf, deine Gedanken. Was bist du für eine Person? Was beschäftigt dich? Was geht dir nahe? Wir müssen also ein Gefühl dafür bekommen, wie du tickst. Erst dann können wir dir einerseits bessere Schlaftipps geben, andererseits dich aber auch mit gezielten Fragen zum Nachdenken bringen, was mögliche Gründe und Ursachen für dein Gedankenkarussell sind. Klar, es gibt zig Methoden dafür, dieses Gedankenkarussell zu durchbrechen. Wir können Podcast hören, wir können Atemtechniken anwenden, To-Do-Listen am Abend schreiben und so weiter. Und viele dieser Dinge empfehlen wir auch. Wir empfehlen sie unseren Kunden ja selbst. Aber viele dieser Methoden funktionieren in gewissen Situationen eben auch nicht. Und zwar dann, wenn der wahre Grund für das Gedankenkarussell nicht gelöst wird oder er so stark ist, dass er jede Methode überlagert. Es gibt Situationen in einem Leben, die belasten dich mental so sehr, da denkst du im Bett drüber nach. Komme, was wolle, da hilft keine Methode. Ich kann da leider auch ein Lied von singen. Es gab etwas in meinem Leben, das hat meine Gedankenwelt so stark beeinflusst über Monate, dass ich jeden Abend Einschlafprobleme hatte. Nichts hat geholfen. Keine der 100 im Internet auffindbaren Einschlaftipps. Nachaus Ergänzungsmittel haben mich zwar schneller in den Schlaf gebracht, sind aber auf Dauer auch keine Lösung. Erst als ich mir selber eingestanden habe, Kollege, du denkst jetzt jeden Abend daran, wäre es nicht einmal Zeit, sich genau diesem Thema zu stellen. Und zack, die Einschlafprobleme waren innerhalb von vier Tagen verschwunden, weil ich mich überwunden habe, dem wahren Grund für mein Gedankenkarussell zu stellen. Wenn ich das Problem nicht professionell angegangen wäre, würde ich heute noch um vier Uhr nachts im Bett liegen und der Wecker würde um sieben Uhr klingeln. Keine schöne Vorstellung. Was heißt das jetzt, das Problem oder die Ursache für das Gedankenkarussell professionell angehen? Professionell kann jetzt vieles bedeuten, je nachdem, was eben das Problem ist oder der Gedanke ist, der dich wach hält. Wenn es ein Streit war, rede mit deinem Partner. Wenn du auf der Arbeit gemobbt wirst, gehe das an. Du hast einen lieben Menschen verloren und kommst damit nicht alleine zurecht. Rede mit Freunden, hole dir psychologische Hilfe und so weiter. Du bist unzufrieden mit deinem Leben und hast Angst vor der Zukunft. Such dir Hilfe, um Struktur, Ordnung und einen Plan in deinem Leben zu bekommen. Und so weiter und so fort. Vielleicht mache ich dazu auch einmal eine eigene Podcast-Folge oder ein YouTube-Video. Also schreib uns gerne oder kommentiere bei YouTube, wenn du die Story hören möchtest, wie ich zwei Monate lange Einschlafprobleme gelöst habe. Es gibt Menschen, die sind anfälliger für Schlafprobleme. Wenn dann ein bestimmter Auslöser kommt, Streit, Mobbing etc., dann beschäftigt das diese Menschen intensiver und führt zu einem Gedankenkarussell und dann zu weniger und schlechterem Schlaf. Und da ist es extrem wichtig, sich bewusst zu sein, sich zu kennen. Bin ich so eine Person, die dann schnell dazu neigt? Wenn ich das weiß und bestimmte Auslöser erkenne, dann kann ich beim nächsten Mal eben auch entsprechend reagieren. Wenn ich mir dessen aber nicht bewusst bin, dass ich A, so eine Risikoperson bin, die eben eher zu Schlafproblemen neigt oder dazu neigt, sich Dinge mehr zu Herzen zu nehmen. Und wenn ich dann B, keine Ahnung habe, welche Auslöser mich triggern. Also kann das Stress sein oder wenn einer ein dummes Kommentar abgegeben hat oder eben, wenn ich, weiß ich nicht, Liebeskummer habe, wenn ich Streit habe, wenn einfach, wenn ich selber nicht weiß, was sind Auslöser bei mir, die wieder zu einem bestimmten Gedankenkarussell führen. Diese Auslöser muss ich kennen, ich muss mich kennen. Aber auch das hilft eben nicht oder es bringt nichts, wenn ich mir C, nie professionelle Hilfe suche, um genau dann damit klarzukommen. Es kann sein, dass du weißt, okay, Streit mit meinem Freund führt immer dazu, dass ich Einschaftsprobleme habe. Wenn du das weißt, hilft dir das aber zunächst erstmal nicht weiter. Du musst dir auch klar sein, okay, ich weiß, Streit gleich Einschaftsprobleme, aber das muss ja nicht sein. Du weißt, Streit ist ein Auslöser für Einschaftsprobleme, suche dir dann also Hilfe, wie du genau in diesen Situationen das Gedankenkarussell verhinderst, indem du dir dann zum Beispiel fortschreibst, okay, Streit muss bei mir vor dem Zubettgehen gelöst werden. Oder ich muss mir die Gedanken über den Streit wenigstens aufschreiben, damit ich sie am nächsten Tag mit meiner Bezugsperson thematisieren kann, etc. Ich muss mir also professionelle Hilfe, Anleitungen etc. suchen, die mir helfen, bei Vorkommen dieses Auslösers eben damit klarzukommen. Wenn ich das nicht tue, dann helfen eben auch alle Schlaftipps der Welt nichts, weil ich dann immer wieder im Gedankenkarussell landen werde und auch alle Tipps, um dieses Gedankenkarussell zu verhindern oder zu überdecken, helfen eben dann auch nichts. Ich kann nicht sagen, hey, nimm doch einfach Magnesium etc. etc. versuche so deine Einschlafprobleme zu lösen, wenn eben der Auslöser für das Gedankenkarussell, im Beispiel wieder der Streit mit einer Bezugsperson, bei dir so stark ist, dass er immer alle Tipps überlagern wird. So viel dazu. Wichtig, ich möchte mit dieser Folge niemandem zu nahe treten. Es gibt Schlafprobleme, die lassen sich auch damit nicht lösen. Und zudem bezieht sich die Folge eben nur auf Schlafprobleme, die keine organische oder psychiatrische Ursache haben, also die primäre Insomnie. Wenn du jetzt sagst, super, da hast du genau die Themen angesprochen, die meine Schlafprobleme betreffen. Ich bin so eine Person, die neigt sehr stark zum Gedankenkarussell, weiß das auch, aber ich habe mich noch nie mit den wahren Gründen dahinter wirklich professionell beschäftigt oder mir eingestanden, hey, ich schaffe es nicht alleine, ich muss mir dort Hilfe suchen und genau das mal bei einem Psychologen etc. vielleicht durchgehen, um mein Gedankenkarussell langfristig auch zu verhindern und nicht nur zu versuchen, mit bestimmten Schlaftipps zu überdecken. Ich packe dir in die Shownotes und in die YouTube-Videobeschreibung noch einen Buchtipp, der sich auch genau damit beschäftigt, das Geheimnis erholsamer Nachtruhe, wieder gut schlafen zu lernen, indem man eben den Schlaf ja nicht auf so ein hohes Podest stellt, den man nie wieder erreichen kann und den man hundert Dinge tun muss, um wieder guten Schlaf zu erreichen, sondern indem man auch viel mit Akzeptanz arbeitet, Selbstreflexion und so weiter. Ja, Buchtipp Schlafgut von Guy Meadows packe ich dir in die Beschreibung. Das soll es mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Wie immer, wenn du Fragen, Anregungen hast, Coaching-Anfragen, Vortragsanfragen usw., schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.schlafvonaut.de In diesem Sinne, tu deinem Körper etwas Gutes, schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlafvonaut. Ciao.